ok guck oder was das da ist sehe mich nicht sehe mich nicht sehe mich nicht sehen ja da muss mit der schaufel auf dem boden sind zur art so würmer die eigentlich krabbeln das sind die maden das sind also diese gruppe für die eine ding baust dann ja dass wir halt bis wasser auf smoothies machen können aber regen ist wahrscheinlich ein wasserschein wir hatten noch nie regen oder ich gehe mal noch mal gucken was hier noch so ist da drin das ist so lustig wenn die rumpacken zeit 1 von 8 labs 1 von 1 files stations 1 von 4 2 kannst du nicht switchen nein nein da kommt noch mehr ich sehe es gerade alles gut kommt noch toll finde ich denn jetzt harz hier laufe ich an sie rum und finde gerade kein harz harz haben wir in der base aber es gab es irgendwo bei dem großen baum halt eine station wo das immer runter getroffen ist die ganze zeit ich komme weiter in der base 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 hier liegt da noch ein bisschen was rum noch ein bisschen holz ja ein bisschen drei stück du scheinst zu stinken oder nämlich eine fliege mitgebracht hast es gibt auf jeden fall update gab es danach oder upper body ich weiß nicht kann ich die da auch reinpacken mach doch cool stirb doch mal ja hauptsache kommt es auf der tür rum aus versehen ja mehrmals aus versehen ja aus versehen sag ich ja musst du nur reparieren wie macht man das damit reparieren überhaupt musst du repariertour holen ach so naja hab ich gesehen das ist ein stink bug okay für den hammer 2 stink bug dann sind das bestimmt die stink bugs die da unten sind okay ammo glue okay jerk zwei ame sind runter verpackt immer zwei ame waren immer verpackt ich kann auch so eine slime torch machen Warte, wo haben wir noch zwei von? Okay. Alter, was ist denn los mit euch hier drunter, Ameisen? Eins bei euch. Schnürp. 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 Oh, ich werde wieder auf die Tour gehen. Okay. Ich weiß nicht, wo das war. Nego aus dieser Richtung kam. Dann gehen wir auf die Tour. Aha, ihr seid stinker. So. 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 Ich könnte einmal unseren Roboter besuchen, dann können wir die Disks abgeben. Ah, hier sind noch ein paar Ahorn-Dinger. Platz habe ich noch hinter. Gülle, Gülle, Gülle. Gülle, Gülle. Wir brauchen halt noch ein bisschen. Wir brauchen halt noch ein bisschen. Ich glaube, das muss man so ein, zwei Mal spielen, gucken, wie es am besten ist, dann muss man richtig Gas geben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wo man so eine gute Base findet, wo man so einen guten Platz hat. Und wo man muss ja hier erstmal reinkommen, ist halt normal. Naja. Okay, zum Analysieren haben wir jetzt nichts mehr. Das macht aber nichts. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Das ist ja nicht schlimm bei dir. Das ist ja ruhig. Äh, 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 tust du was? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Am besten, ähm, glaub ich, da mach ich das nicht immer. Nicht so auf dieses Dreckswasser, wenn ich genug Essen habe. Ja, ja, hab ich auch schon gemacht. Ahne mich daran hoch. Nein. Das hab ich auch schon gemacht. Also, das weiß ich. Das weiß ich halt schon. Deswegen habe ich auch so viele Pilze bei mir. Alles gut. Gut. Ohne Quests angenommen. Mhm. Haben wir schon. Dann gibst du die Karte alle ab, ne? Ja, ja, ja. Tadadada. Hm? Ich weiß gar nicht, was der Begriff heißt. Mein Englisch ist so schlecht. Besser als mein Englisch. Ach, das ist verlassen. Jetzt haben wir keine Quiz mehr. Erstmal. Bis heute alles noch Early Access, deswegen... Torch Upgrade. Achso, das ist das andere. Und die Story ist halt auch noch nicht komplett. Nö. Da kommt noch einiges. Hoffen wir es mal. Ach, klar. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen an der Story fallen werde. Okay, das haben wir noch nicht gescannt gehabt. Widestem? Mhm. Mhm. Okay. Wundert mich eigentlich. Ich glaube, wenn man dann die Grasblinks auch machen kann. Ich glaube, die hatte ich schon. Okay. Ja, die hatte ich schon. Mhm. Dap, 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 dap. Hat ich da schon? Tja, Pech gehabt. Das war halt meins. Wo war ich denn vorher? Es wird ja drinnen gewesen sein. Kann ich Ihnen nicht sagen, oder was? Ich auch nicht. Bap, dap, dap, dap! Bap, dap, dap. Bap, dap, dilap! Wap! So, das waren diese. was war das einiges gefährliches gerade hier habe ich gerade gehört so ein stinkkäfer war das soll ich bis hier hinten gehört erst mal abgase gelassen das sind keine gemütlichen freunde glaube ich brauchen auf jeden fall noch akkonshells das da rein so essen geht auf vollkommen essen geht wirklich aber das trinken ist das größte problem habe ich das gefühl das er vorher gemacht hier ich hätte mir so einen marker bauen sollen verdammt hättest du vielleicht oder war das hier unten die workbench das ganze mehr tragen ich habe mich voll versteckt der system nicht ok davon muss ich nun da noch was herstellen aber erstmal anziehen ist schon gut wenn man die ganzen Ameisen tötet ja selber aufpassen sobald die soldaten nicht im nacken hast ja klar das weiß ich ich kann dir auch noch so einen helm basteln wäre nett obwohl ich glaube ich einen helm nicht eher habe ich schon ja da muss ich die mal austauschen wegen dem was man macht ich habe fünf spider chancen noch ok die habe ich jetzt erstmal in die kiste getan so äh das kann ich auch was weit tun was war das oh tut dir weh ist das ausgerüstet was ist das so ich tu dir den ein erstmal in die kiste rein natürlich die spider parts und heads auch noch erstmal da rein oh mein gott mhm das kannst du jetzt schon wieder ich glaube die larven werden echt noch gefährlich hier unten puh das war gegen die larven hm hm die ameisen rennen immer da runter ne ja scheiße ich habe keine torch gemacht shit aber auch immer nur dann wenn da essen dran ist oder so ja ich bin sicher wo es mit den torschen so auskam ich habe gerade was unter Wasser gefunden das kann ich auch noch nicht ok woher bist du weg woher bist du weg woher bist du weg woher bist du weg 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 him weg 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 geflogen nice okay ich habe ein wasser back ich habe diese unter wasser geräusch jetzt immer im ohr die ganze zeit sehr cool so okay drei heads fünf parts haben wir noch wie immer weißt du doch parts und acid land dann wäre das komplett was bringt denn eigentlich das da deswegen würde ich mir das auch erst mal machen wenn man auf die falsche taste kommt okay eins kann man sein wenn ich wieder ich gebe wieder ein feedback ab und sagt auf jeden fall wenn man das versteht klärt man das wassergeräusch diese wollen ja so viele feedbacks haben wie möglich na ja klar kann ich aber auch verstehen das ist klar okay dann brauche ich nur wegen trinken gucken ich frage mich jetzt wo mein rucksack ist der jetzt unter wasser ist freut sich ja gar nichts kannst du haben hallo ich sehe hier selbst echt nichts naja das geht eigentlich woanders naja muss ich beim fluss trinken bei dir auch so nebelig ja bei mir auch nebelig bei mir auch nebelig k perfekte DO Tja Tja erst mal schön futtern und jetzt nochmal was trinken nennst nochmal was trinken zack lass immer ganz praktisch dass man sich so hoch reins can wieder dabei durch Wenn du maximal food hast. Quark darum. Ich glaube ich habe einen Rucksack gerade gefunden. Der hängt wirklich in der Luft. Das ist auch wenn du aus der Welt rausfällst, dann landet dein Rucksack beim Spawn. Ich habe gerade meinen Rucksack runtergeschlagen vom Ast. Okay, Spiele. Läuft. Würde ich auch sagen, läuft. Okay, ich werde erstmal wieder ein bisschen was sammeln. Ich will da noch mal unten einmal rein. Mach doch. Kannst du doch gerne machen. Ist das nicht meistens so? Du erkundest dich sammelt? Oder? Weil es für mich auch neu ist. Das ist das komische. Ich kann immer noch gucken deswegen. Oh, ich kann sieben Stücke jetzt tragen von denen. Hast du zwei Ameisensachen an? Genau. Ah, das trägt dich auf ne Ecke? Okay. So. Zack. Ist immer schon praktisch. Das ist halt ganz gut, wenn du sammeln gehst. Die Ameisenrüstung. Naja, wenn du eine Baseball willst oder viel brauchst, dann ist die komplette Ameisenrüstung die beste. Hm. Zack. Okay. Ein bisschen was drauf. Ja, das kann ich auch mal wegtun. Alles. Hm. Okay, man muss einmal unter Wasser sein, dann ist dieses Geräusch wieder weg. Okay. 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 Okay, wir müssen einmal unter Wasser sein, dann ist dieses Geräusch wieder weg. Okay. Okay. Jetzt kommt hier auf eins. Weil manchmal irgendwo in der Wallachie gelandet ist. Und du kannst halt am Spielen ein bisschen vergisst zu trinken, ey Selber, ne? Und Nidil hast du gefunden, jetzt Ja, ja, klar Wie gesagt, wir haben bei uns in der Base einmal in der Nähe auch so eine Buste Musst du hochgucken, das ist so ein lila Buschel Ja Wenn der Nebel mal weg wäre Ja, wie gesagt, Nebel hatte ich auch noch nicht Wenn der Nebel mal weg wäre Nö, ich brauche mich nur einmal umdrehen und ich habe hier so eine Kühlbox stehen Ah, okay So ist es, ich habe ein Kopfkissen nass gemacht, oder jetzt die Handtücher da reingemacht Und das ist gerade im Gefrierfach Okay Heute Abend Ja, das geht bei mir eigentlich mit der Wärme Karate ist auch wieder Ich weiß gar nicht, man hört das gar nicht Das Ventilator an ist, ne? Nö Das ist gut, weil Daran kann ich wieder sehen, dass ich das ordentlich eingestellt habe Feiner Junge Ne, von Elgato gibt es doch auch dieses Programm Wave jetzt Okay Und Das ist eigentlich für das Mikro Aber das kannst du auch für deine Sachen nutzen Dann kannst du separat den Ähm Auch Für Streamline einstellen Und dann für dich extra Aha Mit unterschiedlichem Sound Was ganz gut ist Du bist zufällig nicht in der Base, ne? Nee Aber von der Nähe Aber von der Nähe, das reicht mir schon Ja, das war so Von der Nähe reicht mir Ameise, oder? Wollte ich nur killen Du bist so Wie ist es, die ciud banks Das bor ich schon Oh aber Ich baue Oh, ich baue Ich baue Ich baue